Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Klaus Wolfram und ich bin heute zu Besuch bei den YouTuber Trackbreaker. Hallo Olaf, grüß dich. Hallo Klaus. Werd ich endlich mal kennenzulernen. So ist es. Ja, wir haben heute ein Projekt geplant. Ihr könnt dabei zuschauen, wie wir einen Schafstransporter zusammenschrauben bzw. ein Auto umbauen. Olaf, magst du ein paar Worte zu dem Projekt erzählen? Ja, die Tochter einer Arbeitskollegin, die züchtet hobbymäßig Schafe und wollte also einen Schafstransporter für ihre Schafe und als ich das gehört habe, habe ich ihr geschrieben und dann habe ich mich angeboten, diesen Schafstransporter für die jungen Damen zu bauen. Ja, das Material ist geholt und wie gesagt, ihr könnt uns gleich zuschauen, wie wir den Schafstransporter umbauen. Also, viel Spaß dabei. Wir trafen uns vormittags direkt an der Garage. Ziel ist es, einen VW Caddy so umzubauen, dass in dem Fahrzeug Schafe transportiert werden können. Für Getränke und Sitzgelegenheiten wurde ebenfalls gesorgt. Das notwendige Material wurde vorher schon eingekauft. Das Werkzeug liegt bereits gut sortiert in der Garage. So, jetzt kann es also losgehen. eine Anleitung mit mehr Details findet ihr in derezeit. Aber diese Anleitung sind dann alle können auch nur, wie sie ihr edeltfin вас hegen kann, und wie ihr 맛있는 würdet, aber diese Anleitung seht. 哈囉t ihrпис格 ist es für uns. ihr auf dem Kanal von Trackbreaker. Der Link ist ebenfalls in der Videobeschreibung zu finden. So, ich hoffe euch hat das Video gefallen und vergesst nicht, abonniert meinen Kanal und nicht vergessen auch den Kanal von Trackbreaker zu abonnieren. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.